Schönen guten Tag Leute, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. In dem Video schauen wir uns heute mal an, welchen Vorteil du nutzen kannst, wenn du als Anfänger ein kleines Budget hast. Das ist nämlich erstmal ein Nachteil, aber wenn du weißt wie, nutzt du deine Position zu deinem Vorteil und kannst Produkte kaufen, die nur du kaufen wirst als Anfänger mit kleinerem Budget. Und wie wir das genau anstellen und wie wir das zu unserem Vorteil nutzen, schauen wir uns direkt mal an auf Amazon und dafür auf meinem Mac. Starten wir unsere Reise in die Produktsuche heute mal wieder in den Amazon Bestseller, indem wir auf Google Amazon Bestseller eingeben und dann auch den ersten Treffer direkt anklicken, dann haben wir wieder die Übersicht zwischen den verschiedenen Kategorien und die Bestseller da drin. Wir wollen heute Produkte finden mit wenig Kapital. Wenn du jetzt wenig Kapital zum Start hast und sagst, ich gehe jetzt auf Produktsuche, irgendwo musst du anfangen und ich weiß, viele Anfänger fühlen sich ein bisschen erschlagen von der Flut an Produkten, die sie auf Amazon finden und so viele Möglichkeiten. Wenn du wenig Kapital hast, und was meine ich mit wenig? Ich meine mit wenig auf jeden Fall unter vier Stelle ich, wenn du vielleicht nur 500 Euro hast oder 500 bis 1000 Euro, das ist eher wenig zum Starten und warum, zeige ich dir auch mal jetzt direkt. Gehen wir zum Beispiel auf irgendeine beliebige Kategorie, die auch beliebt ist, wo wir so Kleinteile finden. Sagen wir hier zum Beispiel Sport und Freizeit und starten hier mal Jungle Scout, das Tool, das mir die Umsätze errechnet, die mir Amazon nicht so einfach zeigen wird. Da sehen wir, dass die Leute hier ganz schön viel Umsatz machen. Das heißt zum Beispiel derjenige mit seiner Fitnessuhr macht 500.000 im Monat Umsatz. Das heißt eine halbe Million knapp macht er im Monat Umsatz. Und wenn du jetzt sagst, mich interessiert so eine Fitnessuhr auf den Markt zu bringen, dann bist du in einer ziemlich starken Nische, gebe ich mal ein. Und da sehen wir schon, es gibt jede Menge davon. Und jetzt lasse ich Jungle Scout nochmal starten. Jetzt bekommen wir einen Überblick über die Kategorie. Und da siehst du schon, um da oben mitzuspielen, musst du ganz schön viel verkaufen, was Amazon macht. Wenn du einen Artikel hast und Leute sollen ihn finden, musst du in den Suchergebnissen weit oben stehen. Amazon wird deinen Artikel hier oben platzieren, wenn du viel Umsatz machst. Die wollen die Verkäufer unterstützen, die viel Umsatz bringen. Und deswegen wirst du nur erscheinen, wenn du dazugehörst. Und das ist hier eben eine ganze Menge. In der Unterkategorie bist du dann hier zum Beispiel mit 100.000 Umsatz, mit 50.000 Umsatz. Und du musst eben zum Beispiel, der verkauft 3.000 von diesen Uhren. Diese Uhren werden dem im Einkauf sicherlich so zwischen 10 und 20 Euro kosten. Und das heißt, um hier auf Platz 1 zu stehen, musst du mehr verkaufen als der hier. Das heißt, du musst mehr als 3.112 Uhren verkaufen. Und wenn du mal überlegst, dass es die Uhr vielleicht im Einkauf zwischen 10 und 20 Euro gibt, sind das mal sicherlich 30.000 bis 60.000 Euro an Ware, die du einkaufen müsstest, um hier auf Platz 1 zu stehen, um überhaupt so viel Umsatz zu machen. Also das ist eine ganze Menge. Wenn du das nicht machst, wenn du nicht so viel Ware hast, wirst du hier oben nicht stehen. Das heißt, du müsstest massiv unternehmen, um hier nach oben zu kommen. Und dann musst du so viel Lagerbestand haben. Ansonsten wird dich Amazon abstrafen und du wirst weit, weit unten stehen. Und hier gibt es massenweise, massenweise Anbieter. Und wenn du nicht dazugehörst zu jemandem, der so viel Ware hat, dann wirst du weit hinten stehen, wo kaum noch Umsätze gemacht werden. Und deswegen ist das ein gutes Produkt, was sich gut verkauft, aber kein gutes Produkt für Anfänger mit wenig Budget. Weil da kannst du nicht mitspielen bei den Großen. Und deswegen gehst du mal in ganz andere Kategorien viel tiefer, wo viel weniger Umsatz gemacht wird. Und warum ist das ein Vorteil für dich mit wenig Kapital? Das ist ein Vorteil für dich mit wenig Kapital, weil die großen Anbieter, die gucken nach Produkten, die viel Umsatz machen. Die interessieren sich nicht für Produkte, die vielleicht nur ein paar hundert Euro Gewinn machen im Monat. Die fassen die gar nicht an. Die sagen, es ist nichts für mich. Und da kannst du reinspringen. Also gehen wir mal hier weiter. Und eben in den großen Kategorien, wenn du hier oben anfängst zu suchen, da wirst du die großen Umsatzbringer bringen. Die werden nichts bringen. Gucken wir mal Camping und Outdoor. Und das ist jetzt auch noch eine Überkategorie und Camping und Outdoor. Und ich würde dir sagen, dir raten als Anfänger mit wenig Kapital, geh so tief in eine Kategorie, wie du kannst. Das heißt, wenn du eine Kategorie hast, wo du sagst, da kenne ich mich gut aus, dann macht es Sinn, damit anzufangen. Ich bin kein Camper, aber ich finde es immer interessant und leicht zu erklären. Camping-Küche. Ja, wieso nicht? Gehen wir mal in Camping-Küche. Und hier können wir immer noch tiefer gehen. Das heißt, wir sind hier auf der Bestseller-Suche gestartet. Hier steht immer noch Bestseller. Wir sehen immer noch die Bestseller. Und jetzt sehen wir, sind wir hier so tief in den Kategorien und wir können noch tiefer gehen. Ich werfe jetzt mal Jungle Scout an und wir werden jetzt schon mal ganz andere Zahlen sehen. Du siehst, von den Revenues hier haben wir ein paar mit viel Umsätzen, mit 100.000, aber es wird auch schon tiefer. 1.000 macht er nur und der macht 5.000, 8.000. Aber wir können noch tiefer gehen und das würde ich jedem raten. Finde Produkte, die sich gut verkaufen, aber die zu uninteressant sind für die großen Verkäufer, die vielleicht schon viel Erfahrung haben. Camping-Grills, nein, das ist alles zu groß. Camping-Kocher, ja, vielleicht. Essen wollen wir nicht. Geschirr ist interessant. Grill-Geschirr, Kaffee, Teekannen, Kochgeräte, Töpfe und Pfannen. Gehen wir mal hier in Geschirr und wir können noch tiefer gehen. Gehen wir mal in Geschirr-Sets. Geschirr-Sets finde ich auf jeden Fall interessant. So, und jetzt sind wir wirklich, jetzt sind wir wirklich im Boden angekommen. Tiefer als Geschirr-Sets geht es nicht in dieser Kategorie. Jetzt können wir Jungle Scout nochmal anwerfen und schauen an, wie die Umsätze in dieser Kategorie sind. Und du siehst, hier sind sogar welche dabei. Die machen nur ein paar hundert Euro Umsatz und sind schon in der Top Ten gelistet. Und da geht es rapide bergab. Hier sind Produkte mit unter zehn Verkäufen im Monat. Die willst du natürlich nicht erwischen. Aber wenn du sagst, du hast nur 500 Euro, um Ware einzukaufen und dir reicht es vielleicht, 300, 400 Euro Umsatz im Monat zu machen, deswegen mit deinem kleinen Warenbestand, um genügend Zeit zu haben, um dann die abverkaufte Ware wieder nachzukaufen, dann bist du hier genau richtig. Und da würde ich jetzt anfangen nach Produkten, die interessant sind, zum Beispiel hier. Also das ist mal ein Beispiel für eine sehr, sehr schlechte Produktbeschreibung. Hier oben Wildo Camp A-Box Complete. Das sagt mir gar nichts, was es ist. Hier ist gerade mal ein Foto drin in der Beschreibung. Hier könnte alles vollgeballert sein mit Fotos, anderer Ansichten, Leute, die Spaß haben, das Produkt zu benutzen. Und hier eine Überschrift, die mir nicht sagt, was es ist. Dann lese ich hier weiter, den ersten Stichpunkt. Und ich verstehe immer noch nicht, was es ist. Im letzten Stichpunkt erwähnt er dann, es ist ein Outdoor-Ess-Geschirr-Set für Wanderer. Also ja, vielen Dank für die Info. Und hier gibt es jede Menge Variationen davon. Und keine Ahnung, wie der Typ überhaupt Umsätze macht. Aber hier siehst du, das sind die Verkäufer, die vielleicht ein interessantes Produkt haben, die sich null Mühe geben, die es dem Kunden schwierig machen, sein Produkt überhaupt zu finden. Und wenn du jetzt dieses Set hier findest in China bei Alibaba.com zum Beispiel und sagst, ich kaufe das ein, du kannst alles besser machen. Du kannst mehr Fotos da reinhauen. Du kannst erst mal einen Titel machen, den du überhaupt finden kannst. Und dann kannst du hier eine Beschreibung, Stichpunkte machen, die das Produkt überhaupt gescheit erklären. Und dann schauen wir mal an. Outdoor-Ess-Geschirr-Set. Das finde ich ein interessantes Produkt. Alle Kategorien. Jetzt suchen wir mal nach dem Stichpunkt, nach dem Suchbegriff, der dieses Produkt am allgemeinsten beschreibt, aber möglichst genau sowas liefert. Und da sehen wir es. Das gibt es auch schon von mehreren Leuten. Jetzt mache ich nochmal Jungle Scout auf. Das ist mein Plugin, den ich für die Produktsuche auch empfehle. Der sagt dir hier, für was das Produkt typisch verkauft wird. Hier sehen wir im Durchschnitt 19 Euro. Wir sehen, die Leute, die das verkaufen, die haben super wenig Reviews. Guckt dir das an. Drei Bewertungen, nur neun Bewertungen. Der Höchste hat gerade mal 81 und dann schon wieder zehn Bewertungen nur. Es ist super. Low Demand, Low Competition. Ja, richtig. Es ist wenig Bedarf, aber die Konkurrenz ist auch sehr schwach. Und das haben wir heute gesucht. Was machen die für Sales? Der macht zum Beispiel 45 Sales für 900 Euro im Monat. Der macht 125 Sales. Das ist schon eine ganze Menge. 50 Sales für 900 Euro im Monat. Wenn du sagst, du es nur 500 Euro oder 700 Euro, um Ware zu kaufen, dann landest du wahrscheinlich in der Menge, wo es für dich schon mal schwierig ist, überhaupt 125 Stück liefern zu können. Das heißt, so weit tief unten in den Kategorien willst du erst anfangen zu suchen. Und das ist der beste Rat, den ich Anfängern geben kann für deine Produktsuche. Jetzt gehst du nach Alibaba und guckst nach dem Produkt, für wie viel kannst du es kaufen. Und schaust, einen guten Preis zu finden. Tust das Ganze nach Amazon einliefern. Und schaust, dass du mehr Bewertungen hast, als hier Leute, die Nummer 1 sind und nur 3 Bewertungen haben. Und eine bessere, hier Light My Fire Meal Kit 2.0. Was für ein Müll. Tut mir leid, Leute. Also das sind die schwachen Konkurrenten, die du als Anfänger leicht schlagen kannst. Und hier kannst du als Anfänger mit deinem kleinen Budget Geld verdienen. Genau da willst du ansuchen. Da bist du richtig, weil diese geringen Umsätze meiden die guten Verkäufer. Hier findest du die schwache Konkurrenz, die du als Anfänger suchst. Und wenn du damit startest, wird dein erstes Produkt mit wenig Budget auch zum Hit. Und mit dem Geld, was du verdienst, da machst du dich auf die Produktsuche in einer etwas höheren Kategorie. Und verkaufst mit dem Gewinn das nächste Produkt ein und verkaufst es. Und hast plötzlich zwei Produkte, die dir Gewinn machen auf Amazon. Und so baust du dein Business auf, bis du ganz oben mitspielst bei den großen Produkten. Und genau so rum fängst du an. Also das ist mein bester Tipp für euch. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Falls du neu bist hier auf dem Channel, klicke auf Abonnieren und auf das Glockensymbol. Unter dem Video findest du auch nochmal den Link zum Jungle Scout, zu dem Produktsuche-Plugin, den ich hier benutzt habe. Und zu meinem FBA-Kurs oder auch zu der FBA-Amazon-Gruppe. Also vielen Dank für deine Zeit, fürs Ansehen. Bis zum nächsten Video.